moin moin leute und willkommen zu einer neuen aufnahme minecraft mit den juten romjagd ja da ich mal was gucken alles noch friedlich was hat sich getan kann ich euch sagen ich habe mir eben jetzt doch den eigenen server geholt und bereue es nicht wirklich ist aber auch ein bisschen anders wie ich mir das ganze vorgestellt habe und ja das erste was passierte ist ich habe eingeloggt und direkt um die ecke spawnte da ist ein dorf was praktisch meine nachbarschaft sein kann und ist hier was ich gerade vergessen habe deswegen unterbreche ich jetzt noch mal ich habe musik vergessen bin gleich wieder da sofort so nah so mal wieder zurück ja wie gesagt war ich über stehen und eben genau eigenen server nachbarschaft eigenes dorf ja ich habe das ganze ohne aufnahme gestartet weil ich mich da doch ein bisschen einfinden wollte und doch recht gut geklappt bis jetzt und demnächst werden die aufnahmen starten natürlich wird diese let's play hier let's play welt weiterhin existieren werde aber ab und zu auch auf die online welt wechseln auf den eigenen server auch deswegen falls da mal ein paar leute lust haben sollten also aus meinem bekannten verwandten kreis mit zu zocken dass wir das da zusammentun können und nicht jedes mal auf dem netzwerk zurückgreifen müssen bzw darauf verpflichtet sind netzwerk zu haben kann man auch aus xyz mal gerade sagen ja komm ich gebe die daten log mal ein wer das ganze nicht öffentlich machen also nicht publik der server soll wirklich nur für leute sein die ausdrücklich von mir die erlaubnis bekommen deswegen werde ich die aufnahmen dann auch immer erst starten wenn ich auf dieser server eingeloggt habe damit auf jeden fall die einwähl adresse oder ip oder whatever auch weiterhin kein bleibt darum verständnis weil wie gesagt ich habe mir das ganze geholt um nicht ganz allein hier im minecraft universum unterwegs zu sein sondern für diverse multiplayer action vielleicht auch für adventure cards oder was weiß ich nicht was ich muss mich da allgemein noch schlau lesen wie das ganze funktioniert weil so ein server ist für mich ja selbst auch neuland warte ich mich doch gerade verschluckt er und ja bis man sich da reingefunden hat dann wird denke ich mal auch die ein oder andere zeit vergehen boah meine fresse jetzt habe ich mich richtig verschluckt ja lade gerade im hintergrund eine special folge zu boah sie hoch um also ein bisschen die woche review passieren zu lassen und deswegen ist auch eines der mitgründe warum ich jetzt hier noch weiter minecraft offline aufnehme anstatt da eine aufnahme auf meinen server zu starten ich schaue vielleicht auch hin sein hier schon aber es geht fix auf jeden fall mit diamanten zeugs kann man sagen was man will ich bin froh dass hier doch noch einiges an erde zusammen kommt im allgemeinen weil wir haben ja noch die andere seite vor uns und hier die plattform selber wo ich ja schon ein stückchen gezogen habe und das da hinten zieht sich auf jeden fall auch noch ein stückchen vielleicht habe ich da vorne hier das cut gezogen nee und schon ein stückchen weiter meine ich oder doch es ging auf jeden fall noch ein stückchen weiter da ist es cut ich kann schon mal weiter ein bisschen ziehen hier schon mal hier sind jetzt sorry hier wird es allerdings das problem sein ich weiß leider nicht in welcher höhe ist gar nicht gemerkt ich denke mal jetzt wenn ich darüber spreche wird auf jeden fall die folge schon online sein oder mehrere folgen ich habe auf jeden fall tera angefangen und muss gestehen das ganze macht mir doch einigermaßen spaß das ist gar nicht mal so wenig hätte ich nicht gedacht bin ich damit gerechnet dass so ein fantasy rollenspiel jetzt anfangs vielleicht erst ein paar quest gaudi macht und dann so nach und nach vom funfaktor her nachlässt aber das ist in dem fall nicht der fall ehrlich nicht so habe ich noch einen schaufel ja klar habe ich noch einen schaufel ne 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 dann machen wir das wieder zu so jetzt muss ich mal gucken welche höhe das gewesen ist kann ich in diese höhe dann auch hier hingehen hier hingehen die höhe hier die ebene ist es okay dann kann ich mich ja hier mal so durchgraben durch wursteln die ebene noch angepasst werden senke ich so nach und nach wo geht es tiefer ab sehr tiefen ab hoppala das war zu viel kann man so lang gehen hier müsste ich dicht machen so diese ebene können wir dann weitermachen hier hier wird zugemacht jetzt gleich hier irgendwo muss das doch sein da vorne ist es schon das heißt diese ebene hier okay das war da bescheid hier mit überhang gleich wenn es gründ man da nicht drüber weg schaut donkey come country im hintergrund kommt auf jeden fall nostalgie wieder hoch sonst weil ich letztens die geschichte erzählt habe wie ich allgemein zum zocken kam hier so so nein schuppen düppen 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 ich eigentlich hier blümchen einsetzen so bisschen grün schon zack 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 oh hätte fast sogar gepasst da oben mit der fläche wobei das passt passt sogar sehr gut oh das war augenmaß hoch drei und was für ein augenmaß auch hier werden einige bäume wieder weichen müssen so leid es mir tut natur aber den können wir nicht aus dem weg gehen so hier können wir anpassen hier hoch jump kann ich gar nicht das sieht gerade so aus das findet man hier hoch jumpen können wir okay hier kann man es was ich aber hier zack oder auch nicht na komm ich muss eh hier erde hin machen nehmen wir den baum einfach mit so ob kann ich denn das jetzt nicht mitnehmen haut mir immer ab naja egal wird wahrscheinlich wieder dieser typische bug sein momentan hier rum kursiert da fällt immer wieder runter da muss ich verstehen zack 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 Jetzt kann ich dich aufsammeln, wo so ne Macke ehe. Nächstes Stick auch weg. So. Ich weiß nicht, was in denen hier in Köpfen vorgeht, aber... Naja, nix aber. Das ist... Wie bescheuert muss man sein? Echte Schafe. Habt ihr Langeweile oder was? So. Es wird nach und nach einiges an Terraform hier noch stattfinden. Ihr seht selbst, was hier noch abgehen wird. Auf jeden Fall noch ne mega, mega lange Fläche hier. Aber hier ist dann die anknüpfendeste Stelle so im Allgemeinen. Jetzt gehen wir aber erstmal den Hügel hinten weitermachen. Weil der muss ja so nach und nach endlich mal weg. Hier, das wurde alles noch zugemacht dann. Oh man, noch viel, viel Arbeit. Naja, egal. Wir wissen ja, wofür es gut ist. Zwei, drei, vier, plus die hier oben noch. Dann haben wir es geschafft, diesen Hügel hier abzutragen. Ich denke mal, das wird nicht der letzte sein. Wenn man da hinten rüber guckt, der vielleicht noch. Schauen wir mal. Habe ich viel vor, dass wir die eine Seite jetzt wie ich schon mal... ... ... ... ... ... so weit fertig haben hier. Die ganze Ebene. Ja doch, da bin ich froh, ehrlich. ... ... ... ... Ich denke mal, wenn gleich die Folge hochgeladen ist, werde ich hier cutten und wahrscheinlich dann die Feinds weiterspielen. Ich habe jetzt auch eine Anfrage bekommen, ob ich nicht Bock hätte, da mit ein paar Leuten zu zocken. Vielleicht machen wir das ja. Wenn die Nächste dagegen haben, dass ich daraus ein Let's Play mache, die gern willkommen sind in meiner kleinen Let's Play Runde. Dann kann man das zusammen losziehen. Ich denke mal, da geht es auch ein bisschen fixer. Das Ganze ist doch ein bisschen stupide zur Zeit. Sehr eintönig auf jeden Fall. Oh, leck mich nieder. Ehrlich, da habe ich mich eben so derbs verschluckt, dass ich Probleme habe. Teilweise auch mit der Stimme. So. Das ganze Schnee kann ich gleich denke ich mal wieder wegkloppen. Brauche ich eh nicht. Langsam geht es hier mir ins Felsige über, man sieht schon. Also auch Cobblestone werden wir hier noch einiges zusammen bekommen. Und den Graviel, da freue ich mich drüber auf jeden Fall. So. Dann fangen wir jetzt mal an hier mit dem Felsen. Dann ist er eh weg. So, das ist Graviel. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Das kann aber ich nicht angehen, ey. Wie schnell es hier dunkel wird. So. Dann holen wir hier den Graviel schon mal weg. Dann brauchen wir hier nicht immer hin und her wechseln, was die Werkzeuge angeht. Das ist ja auch nervig auf Dauer. Sup, 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 sup. Stell dir mal vor, ich würde immer pennen gehen. Damit wir diesem Regen, Schnee wie auch immer aus dem Weg gehen. Ja, da kann man ja knicken. Das kann man echt knicken. Aber wie blöd ist denn das, wenn ich da jetzt jedes Mal rüberlatschen muss? Hoppla. Bin schon an der nächsten Ebene. Und wie schnell es denn dunkel wird. Überleg mal, da bin ich ja so ungefähr alle fünf Minuten auf dem Weg zurück. Deswegen ziehen wir das so gut, es geht ja eiskalt durch. Aufnahmesession für Aufnahmesession. Wie gesagt, jetzt noch vier Ebenen. Dann haben wir das hier auch soweit geschafft. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen Cobblestone verballern. So. Besonders hier. Wenn wir hier mehrere Ebenen drin hätten, dann würden wir ja nur noch Monstergeräusche hören. Und wirklich überall Fackeln reintun würde ich ungern. Weil dann teilweise noch der Grafik-Bug besteht mit den Fackeln. Dass man den Qualm auf jeden Fall sieht. So, schon die erste Flassteinsack weg hier. Oh, das muss ja nicht sein mit dem Bug. Wir können da gerne mal eine Zwischenebene lassen. Das ist mir noch egal. Aber ab zwei fängt es schon langsam an. Da hat da Monster spawnen. Also sprich so Zombies und so weiter. Was wird das denn jetzt für ein Geräusch? Was wird das denn jetzt für ein Geräusch? Das hätte ich ungern dann. Das hier ist die Ebene. Schon mal ein bisschen weitermachen. Wobei hier die Seite wahrscheinlich noch nicht. War da hinten. So. Jupp, hier die Ebene. Kann man schön einkleistern hier. Hier haben wir das ja auch gemacht mit der Zwischenebene hier. Ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall noch so viel Korbel zusammen bekommen. Dass wir das zur Hand haben können. Auf jeden Fall. Obwohl hier eine Ebene, habe ich ja gesagt, können wir soweit machen. Ziehen wir hier mal gerade so einen Kranz drum. Können wir das nicht zumachen. Spawnen nix. Spawnen nix. Nehme ich dann auch nix. So. Zack, zack. Den können wir da reinklatschen. Brauchen wir nicht. So können wir das denn machen. So. 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 hier. Und hier wie so ein Kranz. Hoppala.